Der Typ ist alle... Da sind wir glaube ich gerade hergekommen... Das... äh... Was war das nochmal? Ach, das war... das war diese... ähm... Ja, ist das nochmal. Wenn Boote auf einer Höhe im Wasserstand gemacht werden... Schleuse, glaube ich. Ah, stimmt, hier wird ein Schlüssel von Milton. Zack, direkt auf... auf... auf der Fläche. Okay. I-1-Key. Zack. Ich speichere nochmal... Da-da-da-da-da-da-da... Ach, ich bin schon tot, okay. Das wusste ich auch. Hilfe! Ja, so können wir ihn kriegen. Gott sei Dank, und er hat MediPack. Boah. So, dann gucken wir uns mal... ...hier ein wenig um. Was gibt es denn hier? Einen Stuhl. Und einen, äh... Einen Hebel. Ah. Okay. Das... freut mich super. Jetzt haben wir wieder eine Abkürzung. Wow. So, fang ich wieder einmal hier hoch. Ähm... Ähm... ...da-da-da-da-da... Ähm... ...die Abkürzung. Ich wollte gar nicht spielen. Scheiße. So, ähm... Nein, nicht mehr. Ah, ich hab's aber schon wieder getan. Ich will irgendwie immer mit, äh... ...leerzeichen beschleunigen. Aber das ist eigentlich springen. Und jetzt bin ich irgendwie gefangen, oder was? So. Jetzt nochmal neu. Komm. Hoffentlich. Hier hat manchmal so einen blauen Filter drauf, ne? Dass der Typ wieder... Dann müssen wir voll auf die Schnauze. Äh... Hier ist eine Abkürzung. Dann kommen wir... Da. Und dann ist das hier scheinbar voll schnell. Ja, okay, doch. Gut. Dann kann man hier schnell durch. Das Ding ist nur... Wir müssen es irgendwie schaffen... ... bei dieser Rampel, äh... ... schnell genug... Ich sag's überhaupt mal da... ... da rüber... ... rüber zu kommen. Müsst doch irgendwie noch irgendwas... ... was das erleichtert. Sonst bin ich aufgeschmissen. Ähm... Hey, was ist das? Ähm... ... ... ... ... ... ... ... Hii! Es ist heißer. Weil wir kommen ja nicht hier hoch. Wie ist der? Und hier ist dann auch so... Oh, wow! War ja super schnell. Boah, irgendwie so ein Nitro. Können wir nicht ein bisschen Nitro Speedway zu haben. Was ist denn da oben? Guck mal da drauf auf diesem Balkon. Ich fahr mal ein bisschen zurück. Da sieht man den ja besser. Die macht gar nicht Schulterblick. So. Da ist der Typ. Ach man, was machst du denn? Ich will jetzt eher ein für alle Mal hier zur Strecke bringen. Jo, genau so. Ach, Mann. Jo, 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 jo. Und tot. Ähm... Hallo? Kann ich das vielleicht einmal nehmen? Aha. 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 Ja, hier ist wieder Stuhl. Mein Perrin verspudern. Nein. Äh... Auf. Da kann man nicht durch. Und es muss hier doch noch irgendwie eine Möglichkeit geben, dass diese Rampen... uns... ... ... ... ... ... ... ... Gucken wir mal, ob ich... ... 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 Ja, stimmt. Da darf ich ja keinen Anlauf nehmen. So, gehst du mal bitte ein bisschen nach da, ein bisschen nach oben, ein bisschen hier rauf. Tralalala. Ach, ich bin dumm. Ich sagte gerade noch keinen Anlauf. Was mache ich Anlauf nehmen? So, ein bisschen nach vorne und dann springen und dann festhalten und dann hochziehen. So. Da ist ein Tor. Hier ist ein Innenbereich. Genau, da war es hier irgendwie irgendwo irgendwann irgendwas. Genau, dieser Hebel. Der hat, glaube ich, auch nur eine Abkürzung gelaufen, ne? So, einmal rauf bitte. Ich sagte einmal. Nee. So. Mach mal das. Äh, hier durch. Kann ich... Ich glaube nicht, dass es klappt, aber ich probiere es jetzt einfach mal. so... Ja, das war ja klar. Ähm... Ähm... Und da ist es gekommen. Ähm... Ja. So. Hm. Ich glaube, ihr muss übersehen, wir. Das ist nur die Frage, was. Kann man hier noch irgendwas machen? Kann man noch... Moment mal. Ach nee, das sah nur so aus. Das sah aus wie so eine Einkerbung. Wo man rein kann. Hier kann man wirklich rennen, nützt uns aber nichts. Ähm... Ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen. Ähm... Was war hier nochmal? Ratten und... Ebel. Nee, nicht. Das ist doof. Das ist doof. Also ich glaube halt, man muss wirklich... Hier durch diese... Ähm... Auf... Diesen Rampen rum. Also... Diese Rampen benutzen. Damit man das zeitlich schafft, durch dieses Tor zu kommen. Ich frage mich nur, wie man über diese Rampen soll. Das klappt bei mir nicht. Bin ich dran schuld? Ist Lara dran schuld? Ist das Boot dran schuld? Sind die Rampen dran schuld? Oh... Oh... Hm... Hm... Passt auf. Ich guck mal kurz. Vielleicht finde ich was, äh... Eine Lösung oder so. Und wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute. Ich habe gerade erfahren, man kann die... Action-Taste gedrückt halten. Für Turbo. Äh... Die Frage ist nur, wo ich die Action-Taste habe. Äh... Action-Pad 5, okay. Da ist Turbo? Ich muss jetzt mal das Boot wiederfinden. Überhaupt habe ich das Boot abgelagert. Äh... Da ist der Typ. Da will ich jetzt mal nicht hin. Gehen wir lieber hier rum. Äh... Das ist... Nähe... Ist mir gar nicht aufgefallen. So... Watschen wir mal hier wie so eine Ente rum. Ich muss jetzt mal hier gucken. Warte, Mann. Also so ist normal. Und so ist Turbo. So... Jo... Okay. Schon ein bisschen schneller. Und dann fahren wir beim Turbo hier in den Typen her. Und sind tot. Heh, toll. Och nö. Müssen wir wieder hier... Jo. Ja, das war ja jetzt nichts. Aha. Aha. Was war das denn? Ähm... Ich muss den Maus wegtunen. Ähm... Hallo, kleines Hebelchen. Ich betätige dich mal. Ähm... Dann rauf aufs Boot. Komm. Hoffen wir. Also... Das war schon mal mein Fehler. Weil ich irgendwie nicht gescheckt hab, dass es hier so eine Turbo gibt. Äh... Warte... Da... Her. Nein. Äh... Da... 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 Ach. Ich nehme mal das... Ich denke mal... Naja. Äh... Was ich denke ist, ist meistens nicht... Nicht verständlich... Nicht verständlich... Glaube ich. Huch. Entschuldigung. Äh... Ne, 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 ne. Einparken muss ich nochmal lernen. Das gibt's noch nicht. Das ist immer ein bisschen... Immer wenn ich rausstecke, fährt's nochmal ein bisschen weiter. Ist nicht grad nett. Komm... Auf... 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 Schnell... Mach ihn... Ich hoffe es reicht trotzdem. Jo... Venedig... Wir haben's geschafft. Wir sind immer noch in Venedig, aber... Venedig ist um 5... 17... Ähm... Ah, wir finden sich schon selbst, okay. Okay. Dann... Halten wir hier mal an. Hallo, warten. So. Ja, die sind beseitigt. Ich kann ja nicht auch so als Kammerjäger anheuern, ne. Ist ja auch, äh... Unorthodoxe Methode, aber... Ist ja zu gut. Ja, komm, stirbt noch einfach. Danke. Oh, sogar großes Medipack. Vielen Dank. Kommt davon, wenn man sich... Erstens mit einer Frau anlegt und zweitens, äh... Mit einer Frau bist du mit Pistolen. Wenn man selber nur einen Baseballschläger hat. Ich weiß nicht, was davor wird. Vielleicht die... Projektile... Zurückschießen. Homeworm machen. Oh, da kommt jemand. Hauptsache... Da ist ein Hebel. Erstmal betätigen. Egal, was er vielleicht machen könnte. So, vielleicht. So, ohne Verlöre. Hat der auch einen Medipack fallen lassen? Schleuch? Nein. Oh. Ach doch. Hier. Aha. Zack. Was ist... Was gibt es hier sonst noch so? Ne, ist nur Aussicht, ne? Dann ist hier aber noch was. Oder ist es ja auch gesperrt hier? Okay, das können wir nur schon mal sehen, was es hier vielleicht noch so gibt. Okay. Dann gehen wir mal wieder hier zurück. Ich bin trotzdem mal gespannt. Ich speichere einmal. Und wir gucken gleich mal, wie das hier, wie das Level hier heißt. Es ist... Bart... Bartolle's Hideout. Ist jetzt nur doof, dass ich nicht weiß, was Hideout heißt. Äh... Ich... Wette, ich, äh... Ich tippe jetzt einfach mal auf den Verschluss. Komm, jetzt los. Oder zumindest immer so in der Richtung. Ich weiß nicht, was so schlau ist, einfach hier so stehen zu bleiben und sich ganz heiß beschießen zu lassen. Aber... Ich, äh, nehme hier Schrot-Munition. Ach, das ist ein Ritterstatue. Ich dachte, was ist das denn da für ein Hightech-Gerät? Das sah nämlich irgendwie aus wie jemals mit Elektronik. Was ist wahr? Wer hat das denn hier gebaut? Das sieht ja... sehr einsturzgefährdet aus. Schwindig. Original-italienische Baugunst. Nein. Quatsch. Mach doch nur Scherze. Äh... Da kann man nicht fair durch... Weiß ich nicht. Ich kann ja hier rauf. Und dann wahrscheinlich hier so rüber springen. Nee. Nicht wirklich. Na gut. Dann gehe ich aber trotzdem nochmal hier rauf. Zack. Oh, das war zu viel des Guten. So geht's aber auch. Und, ähm... Da, man kommt auch bestimmt dahin. Sonst sei, ich weiß gerade nicht, wie es weitergehen soll. Ähm... Zack, zack, zack. Und... Hopp. Nee. Na, gucken wir mal hier hinten, was es denn hier gibt. Puh, 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 puh. Ah. Gleiche, wenn ich da kaputt machen kann. Und Hunde. Du elender Köter. Reißt mir das Bein aus. Ach, wir sind wieder zu einfach. Hab ich gar nicht bemerkt. Halt. Schieß doch mal. Oh, puh. Ich liebe, weil ich beteiligt nicht so weit weg. Nee. Kann ich hier nicht kaputt schießen? Ich guck erstmal, was es hier gibt. Ah, Medipack. Ich glaube, ich kann nicht nach oben schießen. Aha. Deswegen wird das, glaube ich, hier nichts mit ziemlich... ...da oben kaputt schießen. Hm. Toll. Mögen wir das Spiel jetzt gerade sagen, dass ich da durch muss? Äh, es hat ja super geklappt. Okay. Noch ein bisschen weiter. Und los. Und los. Was? Ich hab Schaden bekommen. Und los. Und los.